Krieger von Hyrule Ihr habt euch alle fünf dazu bereit erklärt, eine lebensgefährliche Mission auf euch zu nehmen. Ich danke euch. Vom heutigen Tage an seid ihr die Recken von Hyrule. Tragt eure Gewänder mit Stolz. Ihre blaue Farbe ist seit alten Zeiten das ehrwürdige Symbol unseres Königshauses. Die Idee, euch diese Gewänder zu verleihen, stammt von meiner Tochter Zelda. Dich, meine Tochter, möchte ich darum bitten, die Pflicht zu erfüllen, die dein königliches Blut dir auferlegt. Führe diese wackeren Recken in den Kampf. Beschütze Hyrule und besiege die Verheerung Ganon, damit unser Land eine Zukunft hat. Mann, oh Mann. Ich dachte schon, wir müssen den ganzen Tag da stillstehen. Das ist also der Schika-Stein. Er steckt bestimmt voller praktischer Funktionen. Aber leider übersteigt diese Technik unser derzeitiges Verständnis. Eine Funktion hat die Prinzessin mir schon mal vorgeführt. Das Ding, das macht Bilder, die aussehen wie im echten Leben. Wirklich? Das würde ich zu gern mal sehen. Prinzessin? Also, äh, würdet ihr mir das einmal zeigen? Gut, dann machen wir mal ein Bild von euch. Seht bitte alle den Schika-Stein an. Daruk, kannst du dich nicht etwas kleiner machen? Du fällst mal wieder komplett aus dem Rahmen. Gut. Was ist denn das für eine Trauermine, Prinzessin? Ihr dürft ruhig lächeln. Revali, steh doch nicht so weit abseits. Was für ein Staatsakt. Mifa, nicht so steif. Atme mal ganz tief durch. Ja. So, alle bereit? Guckt alle hierher. Bitte recht freundlich. Hatsika! Tja-Tja! Untertitelung des ZDF, 2020